Das ist das tollste Abendrot, was ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe. Und dazu fliegen überall noch die Flugzeuge und machen ihre tollen Kondensstreifen am Himmel. Das ist in Abend zum Genießen. Das ist im Hansen. Das ist so schön. An alle, die Abendrot lieben, ein ganz herzlicher lieber Gruß. Genießt es mit mir. Und mich würde es freuen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.